Prinz William Prinzessin Kate Auf diesen besonderen Job können sich Royal-Fans bewerben. Prinz William und Prinzessin Kate suchen zur Unterstützung eine oder einen Korrespondenz-Spezialist, in. Die Anforderungen an die Stelle sind jedoch hoch. Prinz William Prinzessin Kate Angestellt Innensuche auf LinkedIn Eine Veränderung im Leben von Prinz William und Prinzessin Kate, beide 42, soll eine Erleichterung für dieses darstellen. Das Paar sucht eine N-Korrespondenz-Spezialist, in. Die Position soll als umfassende Unterstützung in Bezug auf die Korrespondenz, die ihre königlichen Hoheiten erhalten dienen, wie die Job-Anzeige auf LinkedIn verrät. Die Vollzeitstelle beinhaltet unter anderem folgende Aufgaben. Die Verwaltung des Korrespondenzprozesses des Haushalts, die Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen und die rechtzeitige gut geschriebene und maßgeschneiderte Beantwortung von Briefen, die im Zusammenhang mit den Themenbereichen des TRH eingehen. Die neue Person im Team rund um William und Kate soll eng mit dem Büro der Privatsekretäre, den internen Teams für Kommunikation und Besuche und Veranstaltungen sowie dem allgemeinen Korrespondenzteam des Buckingham-Palastes zusammenarbeiten. Und auch mit externen Organisationen, lokalen Behörden, der Regierung und Wohltätigkeitsorganisationen werde man in dieser Position in Verbindung stehen. William und Kate Diese Anforderungen haben Sie an neue N-Mitarbeiter Der oder die Korrespondenzspezialist, in Werde größtenteils im Buckingham-Palast wohnen, müsse aber laut Ausschreibung dennoch bereit sein, gelegentlich zu anderen königlichen Residenzen innerhalb des Landes zu reisen. Wie wäre es mit einem Sommeraufenthalt in Windsor? Um für eine derart anspruchsvolle Stelle qualifiziert zu sein, benötigt es natürlich einiges an Nachweisen. Neben der Grundvoraussetzung, hervorragende Kommunikationsfähigkeiten zu besitzen, sei auch die Motivation. Komplexe Portfolio-bezogene Informationen zu verstehen und zu interpretieren wichtig. Ebenso auch, dass man Entscheidungen über angemessene Reaktionen und Handlungsweisen treffen kann und mit internen und externen Personen und Interessengruppen, auch auf höchster Ebene, in Verbindung treten kann. Kurzum, William und Kate suchen eine enthusiastische, selbstmotivierte und proaktive Person. Die starke administrative und organisatorische Fähigkeiten besitzt, um ihnen so in einer schweren Zeit das Leben etwas zu erleichtern. fersichtent, um Unseregelangn Be rely rico mit Abs洩 meldet ihr und früh gli europäischen bulletin. Genau,' geht darum, wenn sie zu spectacle für Eich Untertitelung des ZDF, 2020